Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu der Veranstaltung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Bremen. Danke dem Jungen Forum der DG, das ist unsere Jugendtruppe, für die Vorbereitung. Eigentlich sollte der Sprechertisch mit hier an meiner Stelle sitzen, muss ihn wegen Krankheit leider entschuldigen. Ich bedanke mich bei der Landeszentrale für politische Bildung. Willkommen Thomas Köcher für die Kooperation, die die Einladung heute Abend möglich gemacht hat. Wir haben ehrlich gesagt darüber nachgedacht. Sollen wir heute Abend zu diesem Thema zusammenkommen? In diesen schrecklichen Tagen, wo die Gedanken und Aufmerksamkeit bei den Ukrainer und Ukrainerinnen sind? Das haben wir uns gefragt, aber wir haben uns dann gegen eine Absage entschieden. Nicht nur, weil wir Abmachung getroffen hatten und Herr Jemals seine Reise auch so ausgerichtet hat und das Leben sowieso weitergeht, sondern auch, weil es ja auch inhaltliche Verbindungen gibt. Ende September letzten Jahres hat die Idee Kirche in Bremen mit Vortrag und Lesung an das Nazi-Massaker in Babi Yar, in Kiew, erinnert. Auch daran, dass es dort erst in der nachsovjetischen Zeit möglich war, ausdrücklich daran zu erinnern, dass es 33.000 Jüdinnen und Juden waren, die die Deutschen da an zwei Tagen ermordet hatten. Und gestern erreichte uns die Nachricht, dass das Mahnmal in Babi Yar durch Bomben der russischen Armee schwer beschädigt worden ist. Auch die Jüdinnen und Juden in der Ukraine müssen heute um ihr Leben fürchten. Putin hat seinen Krieg seit längerer Zeit mit der systematischen Verdrehung und Umschreibung der Geschichte vorbereitet. Wer die Wahrheit über die Geschichte der Ukraine, über Russlands, der Sowjetunion nicht mehr erfährt, der ist anfällig für Lügen und Manipulation, für Vorurteile und Hass. Deswegen, auch deswegen sind wir der Auffassung, dass alle, alle, die hier in Deutschland leben, die Geschichte des 20. Jahrhunderts kennen und verstehen müssen. Und dazu gehört eben auch leider die Geschichte und die Gegenwart des Antisemitismus. Das zu machen war nie leicht, aber es ist auch deswegen heute nicht leicht, weil die Gesellschaft, unsere Gesellschaft so divers geworden ist, wie sie heute ist. Antisemitismus ist auch unter migrantischen Jugendlichen verbreitet. Oft in eigenen, besonderen, kulturell geprägten Formen und Bildern. Entscheidend ist dabei das Wort auch. Denn Antisemitismus ist vor allem das Problem der, wie man so sagt, bio-deutschen Mehrheitsgesellschaft. Aber deswegen müssen wir uns trotzdem auch der Besonderheit der diversen Lebenswelten stellen. Herr Burak Jilmaz, den ich ganz herzlich begrüße, hat sich dieser Aufgabe gestellt und auch darüber berichtet. Sein Buch, Ehrensache, Kämpfen gegen Judenhass, das er uns gleich vorstellen wird, hat große Aufmerksamkeit gefunden. Wegen der Leistungen, die er dort berichten kann, natürlich auch wegen der Schwierigkeiten, aber natürlich auch, weil seine Arbeit im Moment noch eine Pionierarbeit ist. Es gibt so gut wie ganz wenig sonst außer seiner Arbeit dazu. Zwei Sätze nur noch zu seiner Person. Burak Jilmaz wurde 1987 in einer türkisch-kurdischen Familie in Duisburg geboren, hat in seinem Bildungsweg die verschiedensten Milieus erlebt und gekreuzt, lebt heute als selbstständiger Pädagoge in seiner Heimatstadt. Er hat das Projekt Junge Muslime in Auschwitz initiiert und er leitet die Theatergruppe, die Blickwandler. Herr Jilmaz, herzlich willkommen nochmal in Bremen. Und Sie haben das Wort für die Vorstellung Ihres Buches und Ihrer Arbeit. Bitteschön. Ja, vielen Dank auch für die einleitenden Worte, aber vor allem auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen zu sein heute und Ihnen mein Buch vorstellen zu können, beziehungsweise auch mit Ihnen später ins Gespräch zu kommen über ein Thema, was weiterhin sensibel bleibt, wo wir als Gesellschaft aufmerksam bleiben müssen. Und wie gerade eben erwähnt wurde, ich komme aus Duisburg, eine Stadt, die eigentlich außerhalb von Duisburg bekannt ist für sogenannte Problemzonen etc., die immer wieder als türkisch oder arabisch gelesen werden. Aber Migration ist in meiner Heimatstadt eigentlich seit Jahrhunderten die Normalität und dazu gehört auch, dass wir eine sehr vielfältige jüdische Community haben, von denen auch nicht wenige Menschen aus der Ukraine, beziehungsweise aus der ehemaligen Sowjetunion nach Duisburg kamen ins Ruhrgebiet. Und auch diese Geschichten habe ich versucht, in meinem Buch ein wenig abzubilden. Und was mir in diesem Kontext eigentlich wichtig ist, ist, Gesellschaft immer als Ganzes zu verstehen, weil ich eigentlich aufgewachsen bin in Zuschreibungen von wir und ihr, beziehungsweise wir gegen die anderen. Und ich habe eben versucht, in meinem Buch mir drei zentrale Fragen zu stellen. Die erste Frage ist eigentlich, was hat Antisemitismus mit mir zu tun, als jemand, der nicht jüdisch ist? Zweitens, was waren so Momente in meinem Leben, wo ich begriffen habe, dass ich mich gegen Antisemitismus engagieren möchte? Und drittens, die wichtige Frage und auch für uns alle eine der wichtigsten Zukunftsfragen, was können wir eigentlich gegen Antisemitismus tun? Was können wir gegen Rassismus tun? Und wie können wir an einer Gesellschaft arbeiten, in der sich alle Menschen sicher fühlen, in der sich alle Menschen zu Hause fühlen? Ich würde es heute so machen, dass ich ungefähr eine halbe Stunde bis 40 Minuten Vortrage beziehungsweise vorlese und dann würde ich aber auch relativ zügig mit Ihnen ins Gespräch kommen, auf Ihre Fragen eingehen und mit Ihnen in den Austausch kommen. Soll jetzt nicht so sein, dass ich hier 90 Minuten lang referiere und einen Vortrag halte, sondern versuche, das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten. Ja, ich arbeite als Pädagoge seit 2009 in ganz vielen verschiedenen Settings. Ich habe angefangen im Jugendzentrum im Duisburger Norden, in dem Stadtteil Obermarksloh, wo ich auch als Kind aufwuchs in einer sehr diversen Nachbarschaft, die sehr unterschiedlich war und sehr vielfältig war. Und in diesem Jugendzentrum, in dem ich nach meinem Abitur gearbeitet habe, ich habe mich zeitgleich auch fürs Lehramtsstudium eingeschrieben, für Deutsch und Englisch auf Lehramt und habe dann die Möglichkeit gehabt, eben im Jugendzentrum diese praktische Seite des Lebens so ein bisschen kennenzulernen und auch meines Berufes kennenzulernen. Und da ist mir eigentlich eine Sache aufgefallen, die mich ziemlich stark aufgeregt hat, nämlich, dass ich das zum Beispiel aus meiner Jugendzeit kenne, dass wir zum Beispiel am Wochenende nicht in Clubs reinkommen, dass wir häufig Polizeikontrollen erleben, was zum Beispiel meine deutschen Kolleginnen und Kollegen nicht erleben oder dass wir uns drei bis viermal mehr bewerben mussten für einen Job, den zum Beispiel deutsche Freunde von uns wahrscheinlicher bekommen haben. Und als ich dann im Jugendzentrum gearbeitet habe und die nächste Generation quasi genau dasselbe berichtet hat und erzählt hat, war das für mich eigentlich so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie was machen, ich muss irgendwie was tun, um sie zu stärken in ihrem Selbstbewusstsein, zu schauen, was ich irgendwie anbieten kann, damit sie nicht so frustriert und depressiv durchs Leben laufen, wie ich das mit meinen Freunden gemacht habe, sondern irgendwie etwas in die Hand zu geben, damit sie halt aus dieser Ohnmacht rauskommen. Und das war eigentlich so der Beginn des Ganzen, dass ich halt Projekte auf die Beine gestellt habe, vor allem künstlerische Schreibprojekte, wo es darum ging, eigene Erfahrungen zu verarbeiten. Und habe dann in diesem Ganzen eigentlich auch gemerkt, dass eben nicht nur die eigenen Erfahrungen mit Rassismus eine Rolle spielen, sondern dass zum Beispiel auch antisemitische Aussagen und Beleidigungen ziemlich normal sind. Das heißt zum Beispiel, das Wort Jude als Schimpfwort zu benutzen, antisemitische Verschwörungsmythen zu teilen, bis hin, dass man offen keine Empathie gezeigt hat, offen kein Interesse gezeigt hat. Und das waren eigentlich für mich so Momente, wo ich gemerkt habe, okay, in dem einen Thema bin ich vielleicht ganz fit und ich weiß, wie ich mich positioniere und wie ich da Wissen vermitteln kann. Aber das andere Thema, das haut mich selber so ein bisschen von den Socken und ich weiß gar nicht, was ich tun soll, was ich machen soll. Und in dieser Sprachlosigkeit, in der ich am Anfang war, da würde ich eigentlich meine erste Passage daraus vorlesen. Da geht es eben darum, dass ich ein Gespräch von Jugendlichen mitbekomme, wo es auch um das Thema Antisemitismus geht. Und das Ganze eigentlich in einer Sprache, die sehr unverblümt ist. Und es geht mir irgendwie nicht darum, gewisse Muster und Bilder zu reproduzieren, sondern was meine Herausforderung war, wie kann ich eigentlich Jugendliche erreichen, die so eine Sprache benutzen, weil ich gemerkt habe, mit meiner akademischen Sprache von der Uni komme ich da kein Stück voran, ich komme da kein Stück weiter. Und irgendwann hatte ich den Geistesblitz, dass ich mir dachte, okay, ich muss mir einfach Ihre Sprache aneignen und Sie in Ihrer Sprache konfrontieren. Und das ist etwas, was für mich eigentlich eine riesengroße Erkenntnis war in meinem ersten Jahr. Und die Anfänge dessen würde ich Ihnen gerne in der ersten Passage einmal vorlesen. Einmal bekomme ich ein Gespräch zwischen Ilkay, Bledim und Stefan mit. Sie erzählen sich gegenseitig Geschichten, wie sie von ihren Vätern geschlagen werden. Sie machen daraus einen Wettbewerb, wer wohl für die sinnlosesten Sachen die härtesten Schläge kassiert hat. Ich bin entsetzt über das Ausmaß an Gewalt in Ihren Familien. Trotzdem muss ich manchmal ungewollt mitlachen. Mike Theissons schnellster Knockout war nach 35 Sekunden. Bei meinem Vater dauert das nicht mal fünf Sekunden, sagt Ilkay. Sie können gar nicht aufhören und schaukeln sich gegenseitig hoch. Je gewalttätiger die Geschichten, desto lauter das Gelächter. Sie fragen, wie das bei mir zu Hause war. Als ich sage, dass ich Prügel selbst sehr gut kenne, wollen sie mehr wissen. Ich dachte, so Gymnasiumtypen wie du, die kriegt keine Schläge zu Hause, sagt Bledim und wir lachen alle. Aber Schläge muss sein. Wenn man Jungs nicht schlägt, dann werden sie Mädchen, meint Stefan. Ich würde meine Kinder auch streng erziehen, sage ich, aber ich würde sie doch niemals schlagen. Die Jungs verstehen nicht, wie man Kinder ohne Gewalt erziehen soll. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht, doch ich sage, dass diese Schläge uns doch eigentlich kaputt gemacht haben. Nein, 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 das hat Männer aus uns gemacht, antwortet Ilkay und ich denke lange darüber nach, was er gerade von sich gegeben hat. Und von da an rede ich öfter mit ihnen über Familie, Erziehung, über meine eigenen Erfahrungen. Dabei wird mir bewusst, ich muss hier klare Regeln und Konsequenzen durchsetzen, sonst tanzen die mir hier alle auf der Nase rum und nehmen mich kein bisschen ernst. Diese Jungs sind nicht anders als wir damals, zu Hause klein und gehorsam, draußen groß und laut. Ich bringe ihnen das Schachspielen bei und baue dadurch eine Beziehung zu ihnen auf. Mit Schach erreiche ich auch die Jungs, die oft aggressiv sind und einer von ihnen ist Ilkay. Er kommt regelmäßig mit einem blauen Auge ins Jugendzentrum, weil er sich fast täglich prügelt. Er möchte sich unbedingt einen Namen auf der Straße machen. Er will sich und seinen Stadtteil auf die Karte packen. Mich lässt er diesen Drang spüren, legt sich jeden Tag mit mir an. Ilkay und seine Freunde wurden mehrfach angezeigt mit 16 Jahren. Ihnen ist das alles scheißegal. Er gehört zwar zu den Lauten, aber neben seinen Aggressionen hat er auch eine ganz andere Seite. Spielen wir zum Beispiel ein Schachturnier, dann ist er konzentriert, taucht ein in eine andere Welt. Er beobachtet genau und kann die Züge seines Gegners richtig gut einschätzen und er weist sich als unheimlich talentiert. Ich habe das Gefühl, dass er meditiert, wenn er Schach spielt, aber kaum ist die Partie zu Ende, wird er laut und vulgär. Er bewirft andere mit Gegenständen, provoziert mich mit abfälligen Kommentaren und sagt, bei einer Schlägerei bist du doch bestimmt der Erste, der wegrennt, oder? Er kommandiert die anderen, dass sie ihm Getränke holen sollen und etliche Male schmeiße ich ihn raus und nach Tageleienreibereien gewinne ich endlich seinen Respekt. Ilkay hat sich mit den Jungs aus Obermarksloh angelegt, normalerweise legt sich keiner mit denen an. Er spekuliert auf eine Schlägerei in der Hoffnung, einen von ihnen richtig umzuhauen und sich dadurch endlich einen Namen zu machen. Die aus Obermarksloh tauchen im Jugendzentrum auf und gehen auf Ilkay los. Ich kann das Ganze verhindern, weil ich den Vater des Anführers von den Freitagsgebeten kenne und ihm damit drohe, mich bei seinem Vater zu beschweren. Sofort zischt er mit seinen Jungs ab. Das hinterlässt Eindruck bei Ilkay, bis er selbst eines Tages das Jugendzentrum mit seinen Freunden stürmt. Es ist Samstagnachmittag. Ich mache die Theke sauber, während viele Jungs ins Schachspielen vertieft sind oder kickern. Wie aus dem Nichts stürmen Ilkay und seine drei Freunde herein. Sie stellen sich in einer Reihe auf und machen den Hitlergruß mit einem lautstarken Heil Hitler! Ich schreie sie an, dass sie sofort abhauen sollen und schmeiße sie raus. Ilkay läuft zusammen mit den anderen lachend weg. Sie grölen herum und Ilkay ruft mir ganz laut hinterher. Wir sind Antisemiten. Daran kannst du nichts ändern. Ich will wissen, wie es dazu kam und warum ausgerechnet sie auf die Idee kommen, Heil Hitler zu rufen. Die anderen Jungs im Jugendzentrum trauen sich nicht, ihre Meinung laut auszusprechen. Aber von ihnen höre ich, dass Ilkay und seine Freunde am gleichen Tag auf einer Anti-Israel-Demonstration waren. Die Demonstration sorgte für einen Skandal. Als der Demonstrationszug vor einem Haus stehen blieb, an dessen Fenster eine Israel-Fahne hing, die aufgeheizte Menge weiterhin antisemitische Parolen skandierte. Die Polizei griff ein, löste die Demonstration jedoch nicht auf, sondern stürmte die Wohnung, aus dessen Fenster die Fahne hing und ließ sie abnehmen, woraufhin die Demonstrierenden jubelten und klatschten. Durch die Polizei sahen sie sich bestärkt in ihrem Hass auf Israel und die Juden. Die Bilder der Demonstration und des Eingreifens der Duisburger Polizei gingen später um die gesamte Welt. Die vier waren den ganzen Tag auf der Demo und haben dort ihren Hass weiter ausgelebt. Ich überlege, wie ich ihnen ein Angebot machen kann, um über den Hass zu sprechen. Nach einem dreimonatigen Hausverbot bestehe ich auf ein Gespräch als Voraussetzung dafür, dass sie wieder reinkommen dürfen. Dieses erste Gespräch handelt von ihren Vorurteilen gegen Juden und woher sie diese Vorurteile eigentlich haben. Einer von ihnen berichtet, dass er mit sieben Jahren die türkische Nationalhymne mit allen zehn Strophen auswendig lernen und jedes Mal vortragen musste, wenn Besuch kam. Als Kinder trugen sie Soldatenuniformen und spielten nach, wie sie die Türkei gegen Kurden, Amerikaner und Israelis verteidigten. In meiner Familie beschimpfen die Eltern ihre Kinder als Juden, wenn sie Scheiße bauen, sagt Ilkay. Und ich erzähle von meinem Opa und davon, wie Opa Israel und Amerika immer verfluchte, wenn wir Nachrichten geguckt haben. Doch Opa war die Ausnahme in unserer Familie. Bei diesen Jungs zu Hause ist es ganz anders, denn dort spielen Islamismus und türkischer Nationalismus eine große Rolle. Und Judenhass ist Teil ihrer Erziehung. Wie soll ich denen begreiflich machen, dass das alles menschenverachtend ist? Doch nicht nur bei den muslimischen Jungs spielen Juden eine Rolle. Auch die Jungs aus der Mehrheitsgesellschaft haben ein negatives Bild von ihnen. Stefan, mit dem ich am Anfang und am ersten Tag im Jugendzentrum über Schläge vom eigenen Vater sprach, erzählt mir zur gleichen Zeit, dass seine Großeltern ein Hochhaus im Stadtteil Neumühl Judenbunker nennen. Denn dort wohnen viele jüdische Familien aus der ehemaligen Sowjetunion, die nach dem Mauerfall nach Deutschland kamen. Wenn Stefan über sie redet, dann hat er Hass in seiner Stimme. Er sagt, seine Großeltern meinen, Deutschland habe nur wegen der Juden so viel gelitten. Das sind Parasiten, sagen sie dazu. Dass die Juden von den Deutschen ermordet wurden, das möchte Stefan nicht von mir wissen. Ilkay und seine Freunde nennen das Hochhaus Judentower. Ich beginne unser Gespräch mit einer einfachen Frage. Warum wohnen die Juden eigentlich in diesem heruntergekommenen und armen Hochhaus? Ihr glaubt doch alle, die wären reich, oder? Sie denken ein paar Sekunden darüber nach, doch dann blocken sie wieder ab. Ja, das waren die ersten Monate in dieser Gruppe, beziehungsweise mit dieser Gruppe, die ich dort hatte. Und das war für mich persönlich, wo ich am Anfang so dachte, dass es beim Thema Antisemitismus eher um so lose oder einzelne Sprüche geht, habe ich eigentlich dadurch verstanden, dass da ein ganzes System dahinter steckt, beziehungsweise, dass das viel mit Strukturen zu tun hat, weil dieses Verhalten der Duisburger Polizei an diesem Tag eine unglaubliche Welle ausgelöst hat an Solidarität, aber eben nicht mit jüdischen Menschen, sondern halt eben mit denen, die sich antisemitisch verhalten. Und das war für mich eigentlich ein riesengroßer Tabubruch in meiner Stadt, den ich ja auch direkt dann im Jugendzentrum gemerkt habe. Und vor allem, dass Jugendliche, die wirklich die Polizei abgrundtief hassen, auf einmal nach diesem Tag sagen, boah, das sind die Geilsten, das sind die Coolsten. Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, oh, da ist echt gehörig was schiefgegangen und das muss man irgendwie wieder gerade biegen. Dann gab es viele Situationen, wo ich eben viele Angebote geschaffen habe und dann vertiefter mich mit dieser Ideologie auch auseinandergesetzt habe und hatte dann eigentlich einen Moment, der ganz viel in mir gemacht hat, nämlich hatte ich einen Tag im Jugendzentrum, da kam ein Jugendlicher von einer Gesamtschule, kam direkt nach der Schule zu mir und meinte, dass seine Schule Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz organisiert. Und hat dann gesagt, du, pass auf, wir dürfen nicht mitfahren. Und ich meinte, ja, wie, was heißt denn wir? Also du oder die ganzen anderen? Ich so, nenne, wir Muslime dürfen halt nicht mitfahren. Und das war für mich irgendwie so im ersten Moment, konnte ich das irgendwie gar nicht glauben. Und er hat dann gesagt, dass die Lehrkräfte meinten, dass die muslimischen Schülerinnen und Schüler antisemitisch sind und dass sie sich wahrscheinlich in der Gedenkstätte antisemitisch verhalten werden. Und deswegen hat man es halt so gemacht, dass man die muslimischen Schüler in der Schule gelassen hat und mit den anderen ist man dann zur Gedenkstätte gefahren. Und ich war dann total sauer darüber und auch im Nachhinein, was ich dann da erfahren habe, dass das an dieser Schule seit Jahren eine Praxis war. Also das seit Jahren eigentlich ganz klar differenziert wurde, um es salopp zu sagen, wer darf sich erinnern und wer darf sich eigentlich nicht erinnern, beziehungsweise wer darf halt nicht teilhaben und wer wird von diesem Prozess halt ausgeschlossen. Und als dann im Laufe des Nachmittags der zweite Jugendliche kam, die dritte Person, die vierte Person, die fünfte Person aus dieser Schule, war das für mich so, dass ich halt irgendwie völlig entsetzt war und mir dachte, ja, das kann irgendwie nicht sein, dass man Gedenkstättenfahrten, also an Orte organisiert, wo ja Menschen selektiert wurden und ausgegrenzt wurden aufgrund ihrer Herkunft und dann macht man so eine Fahrt und versucht irgendwie Leute voneinander zu trennen, das ist ja, das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Habe dann das Angebot gemacht, okay, wenn ihr nicht mitfahren dürft, dann fahren wir eigentlich gemeinsam dahin. Und ich als jemand, der vielleicht nicht so viel Ahnung von Gedenkstättenfahrten hatte, ich habe bis dahin noch nie so einen Ort besucht, hatte das Thema natürlich halt intensiv in der Schule, aber habe dann trotzdem gesagt, dass es wichtig ist, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, vor allem, weil ich auch Jugendliche hatte, die neben den antisemitischen Einstellungen natürlich auch ein großes Interesse hatten an Geschichte, an Politik, die zum Teil auch immer wieder in so einem Spagat waren zwischen, ja, so die Erinnerungsräume der eigenen Eltern und Großeltern, die ja auch nochmal ihre Geschichten mitgebracht haben und dann halt auch noch mit ihrem Leben in Deutschland, also als Generation, die hier aufgewachsen ist, die hier sozialisiert wurde und dann immer wieder in so gewissen Loyalitätskonflikten halt war und als wir dann 2012 die erste Gedenkstättenfahrt organisiert haben, gab es eine Situation, da kann ich mich gut dran erinnern, ich habe einen Katalog erstellt von Situationen und Momente, die da passieren können, also zum Beispiel jemand weint, jemand kommt nicht drauf klar, ich muss jemanden rausnehmen aus der Gedenkstätte, muss mich um den kümmern, etc. Ich habe wirklich ganz viele Fälle aufgeschrieben, was passieren kann, aber ich habe mir zwei Situationen nicht überlegt, nämlich die erste, die am ersten Tag passiert ist, wir kommen dort an als Gruppe mehrheitlich muslimisch, unsere Reiseleiterin ist vor uns mit einem großen Regenschirm und einer Deutschlandfahne drauf und wir stehen unter diesem Regenschirm als Menschen, die in Deutschland nie als Deutsche gesehen werden und auf einmal werden wir in dieser Gedenkstätte das allererste Mal in unserem Leben als Deutsche wahrgenommen, weil die sehen, das ist die deutsche Gruppe, die Deutsch spricht unter dem deutschen Regenschirm quasi und das hat uns völlig überfordert, also erstmal überhaupt sich mit dieser Geschichte, dieses Ortes auseinanderzusetzen, durch diese Ausstellungsräume zu laufen, diese ganzen Bilder zu sehen, die Geschichten der Opfer, das war ja alleine schon gewaltige Emotionen oder auch Bilder, die man da gesehen hat und dann eben noch diese Konfrontation mit der deutschen Identität quasi, also dass wir gerade ausgerechnet an diesem Ort als Deutsche wahrgenommen werden, das war halt etwas, was uns am ersten Abend so richtig umgehauen hat, wo wir dann auch am ersten Abend, kann ich mich daran erinnern, dass ein Jugendlicher so sarkastisch meinte, was sind wir denn jetzt eigentlich? Und einer meinte, ja, wir sind Deutsche, der Zweite meinte, ja, nicht so ganz und der Dritte meinte, nee, wir sind keine Deutsche und irgendwie war an diesem Abend jede Antwort richtig und das war halt für uns eigentlich so ein Moment, wo wir halt irgendwie begriffen haben, dass es halt irgendwie total komisch ist, eben an diesem Ort so wahrgenommen zu werden und dann meinte einer noch relativ überschwitz, guck mal, das ist jetzt total komisch, wir sind hier in Auschwitz und werden als Deutsche wahrgenommen, in zwei Tagen sind wir wieder in Deutschland und dann sind wir wieder die Ausländer. Und das war so etwas gewesen, was bei uns sehr viele Diskussionen und Kontroversen ausgelöst hat und dann zusätzlich noch am zweiten Tag und das war eigentlich so die Situation, die uns auch ziemlich umgehauen hat, wo ich eben gerade meinte, dass ich mir einen Katalog erstellt habe von Situationen, die passieren können. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass natürlich auch Israelis diesen Ort besuchen und ich dann natürlich auch mit Jugendlichen da bin, deren Eltern aus dem Libanon geflohen sind oder die Eltern, die palästinensisch sind und dann nochmal auch quasi Kriegssituationen mit Israel direkt erlebt haben. Und dann sind wir da an diesem Ort und bei mir war es auch persönlich so, dass ich bis zu dem Zeitpunkt Israelis nie kennengelernt habe. Also ich habe immer so ein Bild im Kopf, vor allem aus türkischen Serien, als so die Männer in Uniform, die dann mit ihren Waffen auf Kinder halt irgendwie gerichtet sind. Also das ist eigentlich so das einzige Bild, was ich so assoziiert habe. Und dann laufen wir an diesen Gruppen vorbei und die sehen genauso aus wie wir. Und es war irgendwie so ein Moment, wo ich irgendwie total überfordert war und dann auch irgendwann gemerkt habe, dass da eine gewisse Spannung aufsteigt. Also ich habe irgendwie auch gemerkt, bei den israelischen Gruppen, die gucken uns ganz komisch an, also dadurch erstmal, dass wir so aussehen, wie wir aussehen und dann noch als Deutsche da sind. Und auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass bei einigen Jugendlichen bei uns eigentlich eine ganz große Nervosität halt da war und ich irgendwann total die Angst hatte, wenn ich das als ein Jugendzentrum kenne, da reicht halt ein Impuls und es kann halt komplett durch die Decke halt gehen. Und meine Sorge war, dass gerade an diesem Ort was passiert und ich die ganze Zeit gar nicht mehr dieser Führung folgen konnte, sondern einfach nur, boah, ich muss achtsam sein, ich muss aufmerksam sein, dass gerade hier nichts passiert. Und dann ist eine Situation entstanden, die das Ganze total heftig aufgelöst hat. Wir waren vor der Frauenbaracke, also die Baracke, wo die Frauen untergebracht waren. Da gab es eine israelische Frauengruppe, die einen Kranz niedergelegt hat und das war für unsere Jugendlichen auch sehr bewegend zu sehen, dass eigentlich ja auch die Israelis mit ihren Schwarz-Weiß-Bildern von den Eltern oder Großeltern da waren. Also auch nochmal so eine Perspektive, die für uns völlig neu war, weil wir uns eigentlich immer wieder gefragt haben, wie guckt eigentlich Deutschland auf diese Geschichte oder wie gucken die Deutschen auf diese Geschichte. Aber ich habe mir bis zu dem Zeitpunkt nie die Frage gestellt, wie schauen eigentlich die Juden oder wie schauen die Israelis eigentlich auf diese Geschichte, wenn ihre Familienmitglieder dort ermordet wurden. Das war auch nochmal eine Perspektive, die ich erst da irgendwie so wirklich verstanden habe. Und dann haben sie diesen Kranz niedergelegt. Einer von unseren Jugendlichen spricht dann spontan seinen Weileid aus und dann kommen wir mit denen ins Gespräch und es ist irgendwie total angenehmes Gespräch und dann fragt eine von den israelischen Frauen, ja, wo kommt ihr denn her? Und einer von unseren Jugendlichen sagt, ich bin Palästinenser aus Deutschland. Und dieser Blick von der israelischen Frauengruppe, also diese Mischung aus Schock, Neugier, völlig verwundert, irgendwie da noch mehr irgendwie erfahren zu wollen, hat sich das Ganze eigentlich ganz gut aufgelöst, indem wir mit denen halt immer weiter gesprochen haben. Und das für uns auch so die erste wirkliche Begegnung halt war. Und dann gab es am Ende noch so eine sehr paradoxe Situation, dass die israelischen Frauen eine Einladung ausgesprochen haben, sie in Tel Aviv zu besuchen, weil sie aus Tel Aviv kamen. Und der palästinensische Junge meinte, ja, ich würde gerne kommen, aber ich bin staatlos, ich kann halt nicht verreisen, das geht nicht. Und das war halt auch echt so ein Erlebnis, wo irgendwie ganz vieles so zusammenkam, was auch innerlich in uns ganz vieles ausgelöst hat. Und dann sind wir am nächsten Tag zurück nach Deutschland gefahren. Ja, und dann steht man dann halt da mit diesen ganzen Prozessen, die wir halt innerhalb von wenigen Tagen erlebt haben. Und ich habe dann auch gemerkt, dass man eigentlich mit herkömmlichen Mitteln, mit herkömmlichen pädagogischen Mitteln da gar nicht mehr klarkommt oder das gar nicht mehr auffangen kann, bis ich dann begriffen habe, dass doch das Theater eigentlich eine wunderbare Möglichkeit bietet, genau diese Geschichten zu erzählen, genau diese Perspektivwechsel zu machen, die vielleicht viele Jugendliche halt gar nicht erleben oder die viele gar nicht haben. Wir haben ein Theaterstück entwickelt, wo wir uns eigentlich gefragt haben, wo fängt das Ganze eigentlich an? Fernab von diesen etwas politischeren Themen, was zwar natürlich auch ein politisches Thema ist, aber die Jugendlichen haben eine Szene entworfen, beziehungsweise die erste Szene des Theaterstücks war so, dass ein Kind von seinen Eltern, sei es irgendwie beim Abendessen oder beim Fernsehen, immer wieder rassistische, antisemitische Ressentiments hört. Die bösen Flüchtlinge, die bösen Juden, die bösen dies und das. Und diese Eltern verlassen irgendwann die Szene und die Kinder wiederholen diese Sprüche. Sie wissen eigentlich gar nicht, wer diese Menschen sind, aber irgendwie ist der Hass transportiert und die Kinder fangen an zu hassen. Das heißt so, diese Generationskonflikte, die ja auch in vielen Familien eigentlich eine ziemlich große Rolle spielen und auch gerade in der aktuellen Situation immer wieder aufkommen, dass wir mit diesem Theaterstück diese Szene angefangen haben und wir haben am Anfang unterschätzt, wie viele Jugendliche an Schulen darauf reagieren und wie viele gesagt haben, das ist bei mir zu Hause genauso. Also die große Hoffnung, die wir hatten, dass sie das übertragen auf ihre eigene Lebenswelt, die war super spannend, dass wir dann halt mit diesem Theaterstück, was wir auf die Beine gestellt haben, zwei Jahre lang unterwegs waren und in diesen zwei Jahren eigentlich bundesweit ganz viele Schulen bespielt haben, von Hauptschule bis Gesamtschule, Gymnasium etc. und immer wieder gemerkt haben, wie wichtig das ist, solche Themen eigentlich nicht nur zu thematisieren, sondern halt auch überhaupt einen Raum zu schaffen, um halt darüber sprechen zu können. Das ging dann ungefähr, also vor allem das erste Theaterstück ging dann ungefähr zwei Jahre und wo ich da eigentlich noch einen starken Fokus auch hatte auf muslimische Jugendliche, aber in Workshops eigentlich mit allen Jugendlichen gearbeitet habe, ist mir 2015 etwas aufgestoßen, würde ich fast sagen, was mich auch so ein bisschen aufgeregt hat, nämlich gewisse Debatten, die halt geführt wurden, beziehungsweise gewisse Debatten, die einfach nur die Funktion hatten, diese Gesellschaft vom Antisemitismus zu entlasten und wie diese Debatten rund um 2015 waren. Damit würde ich gerne die nächste Passage einmal vorlesen. Die Flucht und Migration vieler Menschen aus Syrien gehen mir im Sommer 2015 sehr nah. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass sich nach wenigen Wochen zum Teil paternalistischer Willkommenskultur die Stimmung rund um Pegida durchsetzt. Bei all den Diskussionen über Rückständige, Geflüchtete muss ich oft an die Debatten der 70er und 80er Jahre denken, über die ich mit meinen Eltern und Großeltern viel gesprochen habe, denn sie kamen als sogenannte Gastarbeiter hierhin. Zum Beispiel an das bescheuerte Spiegelcover von damals. Eine türkische Familie mit vielen Kindern, verwahrlost, aus dem Fenster schauend, mit der Überschrift Ghettos in Deutschland, eine Million Türken. Und dann kommen Sätze wie Die Türken kommen, rette sich, wer kann. Oder wenn gestochen wird, dann ist häufig ein Türke mit dabei. Ähnliche Zuschreibungen erlebe ich bei meiner Arbeit mit jungen Geflüchteten in den Notunterkünften, dass diese Stigmata eine lange Geschichte in Deutschland haben und schon einmal zur Vernichtung von Minderheiten führten, das verängstigt sehr viele von ihnen. Unter ihnen finden sich gleichzeitig Menschen, die noch nie etwas vom Holocaust gehört haben. Dass sich Deutschland von einer Diktatur in eine Demokratie wandelte, ist der Ausgangspunkt vieler Gespräche über die mögliche Zukunft Syriens oder Afghanistans. Ich lerne unheimlich viel dabei, deutsche Geschichte aus ihren Perspektiven zu betrachten. In einem Workshop meint einmal eine Syrerin ganz verblüfft, Moment mal, Burak, du hast doch gesagt, dass die Deutschen den Ersten Weltkrieg verloren haben. Und nur 20 Jahre später starten die den Zweiten Weltkrieg? Sag mal, was hatten die denn für psychische Probleme? Für mich beginnt in diesen Wochen die nächste gewaltige Herausforderung, nämlich die Frage, wie vermittle ich den Holocaust an Menschen, die noch nie davon gehört haben? Auch in diesen Workshops erlebe ich Judenhass. Eine Iranerin erzählt von den tollen Graffitis in ihrer Heimatstadt, ein Teufel, der die amerikanische und israelische Fahne umarmt. Ein syrischer Junge berichtet vom Schock, als er erfährt, dass seine Betreuerin in der Geflüchtetenunterkunft Jüdin ist. Sie habe so viel Gutes für ihn getan, dabei hasst er doch die Juden. Wochenlang ringt er damit, diesen Hass abzulegen. Inzwischen habe ich meinen Bachelor an der Universität abgeschlossen und ich entscheide mich gegen den Master, weil ich mehr Praxiserfahrung sammeln möchte. Ich werde jetzt zu Diskussionsrunden und Vorträgen eingeladen. Mit der Krise entsteht eine Dynamik. Und auf einmal wollen alle über deutsche Geschichte und den Nationalsozialismus reden. Es herrscht Angst und eine gewisse Not. Wie soll man den Geflüchteten diese Geschichte vermitteln? Immer öfter höre ich, dass man sich Sorgen mache um unsere jüdischen Mitbürger. Es wirkt skurril, dass man sich so plötzlich für die Sicherheit der Jüdinnen und Juden interessiert. Auf einer Podiumsdiskussion in Hannover zum Thema Erinnerungskultur, an der ich als Gesprächspartner teilnehme und von den Gedenkstättenfahrten erzähle, schreit ein alter Mann in den vollbesetzten Saal. Merkel hat eine Million Antisemiten ins Land gelassen. Naja, dann sind wir jetzt 83 Millionen Antisemiten, antworte ich im Affekt. Nach meiner Pauschalisierung verlassen Menschen den Saal, aber der grobe Spruch des Alten bekommt Applaus. Der Begriff importierter Antisemitismus kursiert überall, als würde mit den Geflüchteten der Judenhass einwandern. Wie man in Deutschland von importiertem Antisemitismus sprechen kann, das bleibt mir ein Rätsel. Dass es sich jetzt ausgerechnet um die Sicherheit der Jüdinnen und Juden dreht, macht mich misstrauisch. Der Judenhass der Geflüchteten wird als gigantische Bedrohung wahrgenommen, während der eigene weiter verdrängt und verschwiegen wird. Einen traurigen Höhepunkt solcher Diskussionen erlebe ich bei einer Lehrerfortbildung, die ich zusammen mit Kerim leite. Kerim war mit mir kurz vorher in der Gedenkstätte in Auschwitz. Ein Lehrer beschwert sich über Judenhass unter Geflüchteten. Deutschland sei mit seiner Erinnerungskultur so weit gekommen und die Geflüchteten würden nun alles kaputt machen, was man mühselig über Jahrzehnte aufgebaut habe. Wir sind nicht umsonst Erinnerungsweltmeister, sagt er stolz. Und gegen wen haben sie im Finale gewonnen? Gegen Österreich? Fragt Kerim. Mich entsetzt dieses Wort. Ich habe es noch nie gehört. Erinnerungsweltmeister. Geht es bei Erinnerungskultur ums Gewinnen? Und außerdem erst Weltmeister im Ermorden und dann im Erinnern oder wie? Was ist das denn bitte für ein Weltbild und ein Selbstbild? Ich vermute, dass die Vorurteile Geflüchteten gegenüber etwas mit der Besatzungssituation nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, denn damals unternahmen die Alliierten und vor allem die Amerikaner viel, um die antisemitischen, rassistischen und autoritären Deutschen zu demokratisieren. Vielleicht lösen die Geflüchteten so heftige Emotionen in ihnen aus, weil sie sie an ihre eigene Vergangenheit erinnern. Vielleicht projizieren sie ja alles auf die Geflüchteten, weil sie ihre nationalsozialistische Vergangenheit verdrängen wollen. Vielleicht geben die Geflüchteten den Deutschen aber auch das Gefühl, jetzt endlich selbstdemokratische Erzieher sein zu können. Und mit dieser neuen Rolle liegt die Verantwortung für die Geschichte dann nicht mehr bei ihnen? Das sind alles so Gedanken, die in meinem Kopf kreisen. Doch zur gleichen Zeit nehme ich Weiterentwicklung wahr und dafür steht Merkels Satz, wir schaffen das. Dieser Satz markiert eine Zäsur, während Helmut Schmidt mit Worten wie »Mir kommt kein Türke mehr über die Grenze« in Erinnerung bleibt und die Kohl-Regierung sogar auf finanzielle Anreize zur Abwanderung türkischer Gastarbeiter setzte, verkörpert Merkel in diesem Moment eine optimistische und kämpferische Vision. Dass sie von einem »Wir« spricht, bedeutet mir in diesen Wochen sehr viel. Das war für mich eigentlich so eine Situation, also vor allem, wo ich mit dieser Entlastung zu tun hatte, wo ich immer wieder gemerkt habe, dass man den Antisemitismus nur auf eine Gruppe bezieht und nicht eigentlich auf alle Gruppen in dieser Gesellschaft. Und wie wir vielleicht auch aufhören, gewisse Formen von Antisemitismus gegeneinander auszuspielen, um sich selbst irgendwie als toll darzustellen. Das ist auch so ein Effekt leider, den ich manchmal auch aus der muslimischen Community halt kenne, in dem mit dem Finger auf andere gezeigt wird. Und wiederum gibt es das auch in der Mehrheitsgesellschaft, in dem man mit dem Finger auf andere zeigt. Aber die Frage ist, wer profitiert von diesen ganzen Debatten? Und ich stelle mal die ganz provokante These auf, dass eigentlich nur die Antisemiten von dieser Aufrechnung profitieren. Und in diesem Punkt möchte ich Ihnen vielleicht noch eine letzte Stelle vorlesen, weil ich häufig gefragt werde, warum denn so ein komischer Titel bei diesem Buch? Und das hat eigentlich folgenden Grund, was sehr viel damit zu tun hat, wo ich auch anfänglich meinte, sich an der Jugendsprache quasi zu orientieren, aber auch, dass dieses Wort auch sehr viel mit der Vergangenheit zu tun hat, beziehungsweise mit der Sichtweise auf Jüdinnen und Juden. Und diese letzte Stelle würde ich gerne noch mal vorlesen, bevor ich mit Ihnen ins Gespräch komme. Im April 2018 produziert die Echo-Preisverleihung ein Skandal. Die Rapper Kollegah und Farid Bang sind in der Kategorie Hip-Hop nominiert und eine Zeile gerät im Vorfeld besonders in die Kritik. Zitat, Nachdem Echo legt das internationale Auschwitz-Komitee Kollegah und Farid Bang in die Gedenkstätte ein. Einen Tag vor dem Besuch präsentiert Kollegah seine neue T-Shirt-Kollektion. Im Anschluss setzt er in einem Interview mit Hip-Hop.de die Situation der Palästinenser mit der der Juden im KZ gleich. Die Zerfickung des Echos bezeichnet er auf Facebook als sein Jahreshighlight. Das Ganze folgt einer antisemitischen Agenda, die viel Geld und Ruhm bringt. Etwas, das Antisemiten doch sonst immer den Juden unterstellen. Statt den Skandal gründlich aufzuarbeiten, schreibt man den Judenhass schnell der Rap-Szene zu, als hätte niemand sonst etwas damit zu tun. Judenhass wird zum Phänomen der Unterschicht. Die Rezeption des Raps, der große ökonomische Erfolg innerhalb einer Industrie wird dabei komplett ausgeblendet. Mich belastet diese Zuschreibung. Rap ist für mich, meine Generation und viele andere Menschen eine Quelle der Inspiration. Rap bedeutet Empowerment. Rap behandelt Themen, die uns bewegen. Armut und Rassismus. Das Aufwachsen ohne Perspektive in einem abgehängten Stadtteil in mittenhäuslicher Gewalt. Das alles in einer direkten und unverblümten Sprache. Rap hat mir sehr viel Kraft gegeben in meinem Leben. Die Trennung meiner Eltern habe ich mithilfe der Alben Faust des Nordwestens und Leben des deutsch-kurdischen Rappers Azad verarbeitet. In seinen Texten geht es darum, den eigenen Schmerz anzunehmen und ihn in etwas Positives zu verwandeln. Während des Gaza-Krieges 2014 ist Azad einer der wenigen, die zu Besonnenheit und zu Frieden aufrufen, dass sich die Rap-Szene immer gegen Rassismus positioniert. Aber beim Judenhass schweigt. Das regt mich total auf. Auf Schulhöfen höre ich oft, wie Farid Bang und Kollege als Ehrenmänner bezeichnet werden. In den Workshops spiele ich dann oft den Ahnungslosen, damit es die Schülerinnen und Schüler mir in ihren eigenen Worten erklären. Und diese Erklärung geht so. Bist du stark und dominant, bist du ehrenhaft, bist du schwach und hilflos, hast du keine Ehre. Alpha oder Opfer ist ein weit verbreiteter Spruch unter Jugendlichen, egal welcher Herkunft. Opfer sein wird dabei mit Juden, Frauen oder auch Homosexuellen verbunden. An dieses Denken lehnt sich auch das neue Selbsthilfebuch Das ist Alpha von Kollegah an. Das Motto lautet vom Lauch zum echten Boss. Man möchte halt lieber der starke Mann sein, der draufhaut und nicht der Jude, auf den draufgehauen wird, erklärt mir ein Schüler an einem Gymnasium. Und was, wenn ein Jude der stärkste unter euch ist, ist er dann auch Alpha? Frage ich. Ich achte auf ihre Denkmuster und kopiere ihre Sprache. Was ist denn an Gewalt ehrvoll? Möchte ich wissen. Und niemand antwortet, bis eine Schülerin reinruft. Was ist denn für dich Ehre? Nicht zu schweigen, nicht wegzuschauen, mich einzumischen und mich gegen Judenhass zu engagieren, das ist für mich Ehrensache, antworte ich. Ehre umdeuten und nicht abschaffen, das ist, was funktioniert. Woher ihre Überzeugungen zur Ehre kommen, das wissen die meisten Schülerinnen und Schüler nicht. Ich behandle das völkische Verständnis der Ehre im Nationalsozialismus. Die Nürnberger Rassegesetze zum Beispiel sollten dem Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre dienen. Juden galten als ehrlose Menschen, eh mit jüdischen Personen als sogenannte Rassenschande, eine Straftat, auf die Gefängnisstrafe stand. Und mit diesem Wissen verlieren Sprüche, die Alpha oder Opfer ihre Selbstverständlichkeit, die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass sich hinter ihnen Denkmuster verbergen, die antisemitische Weltbilder bis heute reproduzieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Jemers, für die eindrucksvolle Schilderung Ihrer Arbeit. Übrigens habe ich vorhin vergessen, mich zu bedanken beim Buchladen Osterturm, der uns ermöglicht, das Buch nachher auch zu kaufen. Gibt es Fragen und Anmerkungen dazu? Hier vorne, der Philipp, hat ein Mikrofon, kommt gern zu Ihnen. Ganz gleich neben dir vielleicht Thomas Böckel, das Mikro geht. Bitte, Thomas. Ja, ich bin ganz spannend. Ich kann eine ganz klare Frage aber zurückgehen. Die Indefinition des Erdbegriffs, kann das funktionieren? Wie kann das funktionieren? Weil das ist das der Jährige, was ich tagtäglich erlebe und ich frage, wie kann das gehen? Weil das so gesetzt ist, dass es nicht immer noch das kann, das kann nachhaltig funktionieren. Muss man den Leuten ein Stück entgegenkommen, um sie überhaupt erreichen zu können? In dem ersten Schritt ja und in dem zweiten Schritt würde ich dann auch zu dem neigen, was Sie gesagt haben, indem man das eigentlich quasi komplett dekonstruiert. Aber wenn ich von vornherein mit dieser Einstellung da reingehe, weil dieser Begriff überall benutzt wird, in den sozialen Medien, Ehrenmann und Ehrenfrau waren zum Beispiel Jugendwort des Jahres, ich glaube vor zwei Jahren oder so. Also es ist einfach ein Begriff, der sehr virulent benutzt wird und geteilt wird und ich finde, dass man da auf jeden Fall gegensteuern muss und vielleicht auch diese, diese Verständnisse so ein bisschen dekonstruieren muss. Also gerade halt mit dem zu konfrontieren, was dieser Begriff auch für eine Geschichte eigentlich hat und dann eigentlich mit ihnen halt in den Austausch zu kommen und vor allem eine Gegenposition dazu zu haben. Also nicht, ich habe es auch häufig versucht, vielleicht gar nicht darauf einzugehen, aber ich meine, sie benutzen es halt und wenn sie das halt benutzen, dann versucht sie es halt mit zu benutzen, aber vielleicht kann man ja noch an der einen oder anderen Stelle halt dran schrauben und das Ganze vielleicht in eine andere Richtung halt lenken. Aber ist der Satz denn falsch, den Sie selbst benutzt haben? Für mich ist Ehrensache, für die Menschenrechte einzustehen und gegen Antisemitismus. Der Satz ist doch richtig, auch wenn das Wort Ehrensache vorkommt. Auf jeden Fall, ja. Also vor allem auch, weil bei mir auch nochmal, dadurch, dass ich ja nicht nur quasi in Deutschland sozialisiert wurde beziehungsweise deutsch sozialisiert wurde, sondern auch türkisch, gibt es auch eine Definition von Ehre im Türkischen, die sehr positiv orientiert ist, also etwas für die Gemeinschaft zu tun, etwas für die Allgemeinheit zu tun, nicht irgendwie nur das eigene Individuum zu sehen, sondern das Kollektiv auch zu sehen und ich glaube, diese positive Benutzung beziehungsweise, dass es auch wirklich für mich eine Ehrensache ist, das ist für mich ganz selbstverständlich, auf jeden Fall. Ich glaube, zunächst mal hier, Philipp, hier vorne mit dem, doch, die anderen verstehen Sie nicht. Absolut nicht. Und zwar folgendes, der Begriff der Ehre, das ist deutlich geworden, ist natürlich in der türkischen Sozialisation ein ausgesprochen fundamentaler Begriff, der familiär eingefangen wird. Familiär. Die Frage ist wirklich, wie spielt das Soziale, also im Grunde, das Gesellschaftsverbindende in dem Zusammenhang eine Rolle? Oder ist das wirklich auf den kleinen, familiären Kosmos beschränkt, dieser Ehrebegriff, dass im Grunde das ausgeschlossen wird, die Connections zur Allgemeinheit, zum Kollektiv? Nee, also da wird eigentlich nicht nur die eigene Familie gesehen, sondern zum Beispiel auch die Nachbarschaft oder darauf achtsam zu sein in Bezug auf dein eigenes Umfeld. Also dazu gehört halt nicht nur die Familie, sondern auch das größere Ganze. Ich bin auch kein Soziologe oder Politikwissenschaftler etc., aber das sind so die mündlichen Überlieferungen, die gerade auch in meiner Familie eine große Rolle halt gespielt haben. Also dass man zum Beispiel Respekt vor Älteren hat, das eine riesengroße Rolle spielt, dass man in der Öffentlichkeit sowas wie Anstand oder so besitzt etc. Also das ist halt nicht nur etwas, was man in der Familie halt behalten soll, sondern eigentlich diese Werte auch nach außen tragen soll. Liegt dort dahinter eine Wortmeldung? Ein oder zwei? Soll ich schauen. Ich würde es gerne mal sehen, dass wir das Theater spielen. Wie haben sich denn die Jungs dazu gekriegt, dass sie Theater spielen? Oder sind da auch noch Mädchen dabei? Ja, also das waren nicht nur Jungs, das waren auch Mädchen, aber auch die Mädchen hatten eine ganz starke Hemmung und das war jetzt nicht nur so eine Jungsnummer. Ich meine, bei den Jungs war es nochmal anders, weil die hatten Angst, dass sie vor den Mädchen irgendwie sich blamieren und ihr Gesicht verlieren etc. Aber ich habe etwas gefunden, was ich bis heute sehr gerne mache, indem ich erstmal sie nachspiele und nachmache und dadurch kommt dann viel Gelächter, die Stimmung wird ein bisschen lockerer und dass ich dann durch kleinere Übungen, wo es vielleicht gar nicht darum geht, irgendwie direkt eine Rolle zu spielen oder eine Szene zu spielen, sondern vielleicht erstmal in der Fantasie sich eine Rolle zu entwickeln, sich eine gewisse Situation vorzustellen. In vielen Übungen vielleicht auch sich im Raum zu positionieren. Also da gibt es ganz viele Übungen eigentlich, wo man diese Scham und diese Hemmungen halt abbauen kann. Und ich glaube vor allem im Kontext, wenn wir über Antisemitismus sprechen, ist das für mich eigentlich so ein Schlüsselelement. Ich merke häufig, dass diese Debatten sehr verkopft geführt werden, also dass da häufig immer auch mit Begriffen hantiert wird etc. Aber dieses Arbeiten an den Emotionen, was ja im Theater wirklich total ausgiebig ist, das ist für mich etwas, was sehr elementar ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, über Antisemitismus zu sprechen, ohne dabei auf Gefühle einzugehen. Kursiert dieses Theaterstück irgendwie als Text oder als Vorlage oder Beschreibung in den vielen Schultheater-AGs, die es so in Deutschland gibt? Das Manuskript ist bei mir zu Hause, wir haben es noch nicht vervielfältigt. Aber wir haben da so intern so einige Videoproduktionen etc. Also es gibt auch auf YouTube, vielleicht wenn Sie das Projekt googeln, sind so einige Passagen und Szenen aus dem Theaterstück, wo man halt sehen kann, dass wir dann irgendwie vor einer Klasse spielen oder vor zwei Jahren bei den jüdischen Kulturtagen in Düsseldorf oder auch in vielen verschiedenen Formaten. Weil wir das häufig so machen eigentlich, dass wenn wir dieses Stück entwickeln, ist die Premiere immer in der jüdischen Gemeinde in Duisburg. Was eigentlich so ein Abend von Begegnung und Freundschaft halt symbolisieren soll. Und da haben wir eigentlich die letzten Theaterstücke immer uraufgeführt. Ich habe auch das Gefühl, Sie haben einen Tag geschlagen in unserem Gebiet, was ich bisher in der Sache gesehen habe. Vielen Dank. Was mich beschäftigt, ist die Frage, kann Sie mir jetzt etwas dazu sagen, wie Sie das sehen, zwischen Rassismus und Antisemitismus, aber das ist auch so begonnen haben, wenn Sie so unter der Gähigkeit und da außen Rassismus haben, wie der Antisemitismus. Da bin ich so ein bisschen darüber gestolpert, also ich meine das sicherlich anders, ist schon klar, aber mein Antisemitismus ist halt der krasse Rassismus, für mich jedenfalls. Und da bin ich so ein bisschen darüber gestolpert, und das ziehe ich auch so ein bisschen auf die Grundrechte, ich komme aus der Nachbarschaft und bin dann auf das auch mal hier oder komme hier vorbei oder so, gibt es ja auch viele Veranstaltungen von Gender und Antisemitismus, da sind ziemlich viele junge Leute, grobe Leute, die sehe ich heute hier überhaupt nicht. Da bin ich auch nicht so nass gelassen. und deswegen auch so die Frage an Sie, welche Erfahrung haben Sie denn eigentlich mit dem Thema, was ja eigentlich ziemlich en vogue ist, Rassismus, und Sie gehen das ja von einer so speziellen Seite an, deswegen würde mich einfach interessieren, dass wir Erfahrungen haben. Also was bei mir in dem Kontext wichtig ist, dass für mich eigentlich Rassismus und Antisemitismus zwei unterschiedliche Phänomene sind, und es geht mir eigentlich nicht darum, die Unterschiedlichkeit zu verdeutlichen, um das eine aufzuwerten, das andere abzuwerten, weil ich häufig die Frage kriege, ja was ist denn schlimmer, Antisemitismus oder Rassismus, aber diese Frage an sich ist eigentlich schon ein Problem, weil diese Phänomene gleichzeitig stattfinden. Antisemitismus richtet sich, das ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich gezielt gegen jüdische Menschen richten kann, gegen jüdische Einrichtungen richten kann, wo man zum Beispiel dann auch den Staat Israel als ein jüdisches Kollektiv beschreibt etc. Das ist nochmal eine andere Form, und ich merke vor allem in der Arbeit, gerade wenn ich im Gefängnis arbeite, dass im Antisemitismus diese Verschwörungsmythen nochmal eine andere Dynamik an Gewalt auslösen. Natürlich ist beim Rassismus so diese Denkweise da, die sind minderwertig, und natürlich gibt es auch einen rassistischen Antisemitismus, aber vor allem, wenn man mit Tätern ins Gespräch kommt, diese Imagination von der eigenen Ohnmacht, die da oben, die kontrollieren uns, und um mich selbst unter Kontrolle zu haben, muss ich die da oben umbringen. Das ist nochmal etwas, was im Antisemitismus besonders ist. Also es gibt jetzt keine Verschwörungstheorie, wo gesagt wird, alle Türken regieren die Welt, oder alle Kurden und alle Muslime regieren die Welt, aber wir haben halt diese antisemitischen Verschwörungsmythen, die dann leider auch verfeindete Lager verbünden können. Was bei mir entscheidend war, war 2007, ich werde das nicht vergessen bei mir, ich war in der 12. Klasse, und wir hatten wirklich so Gruppen, die völlig verfeindet waren, Serben und Albaner, Deutsche und Nichtdeutsche, Türken und Kurden etc. und dann gab es eine Dokumentation im Internet, eine US-amerikanische Produktion, die heißt Zeitgeist, wo quasi 9-11 als große Verschwörung inszeniert wird, und als diese Doku rauskam, das war wie ein Lauffeuer unter den Jugendlichen, damals bei uns, und auf einmal habe ich gemerkt, die Leute, die sich gegenseitig hassen, haben plötzlich ein gemeinsames Feindbild, und das ist, wo ich so dachte, ey, was geht denn mir ab, ihr habt doch gestern noch gehasst, und jetzt habt ihr auf einmal so einen gemeinsamen, jetzt seid ihr gemeinsam gegen die da oben quasi, und das ist dann halt auch etwas, wo für mich persönlich wichtig ist, immer wieder zu erwähnen, dass diese Phänomene gleichzeitig in unserer Gesellschaft stattfinden, dass sie die Würde der Menschen angreift, dass sie unsere Gesellschaft spaltet, den Zusammenhalt halt gefährdet, und was mir eben wichtig ist, ist immer wieder auch zu vermitteln, dass da, wo dort quasi antisemitische Aussagen sind, da trifft man im nächsten Schritt rassistische Aussagen, im übernächsten Schritt homophobe Aussagen, dann frauenfeindliche Aussagen, also es sind antidemokratische Elemente, wo ich immer wieder merke, dass man diese verschiedenen Blickwinkel mitdenken muss, und das, was Sie gerade meinten, dass zum Beispiel dann in einigen antirassistischen Kontexten der Antisemitismus gar nicht mitbedacht wird, ist ein riesengroßes Problem, weil man kann halt nicht das eine bekämpfen und das andere leugnen, das geht nicht, weil beides auch häufig dann zusammenwirkt, und das muss man halt zusammen bekämpfen. Das finde ich sehr wichtig, ich würde da gerne was anfügen noch, Rassismus und Antisemitismus, das mag gar keinen Sinn, wie Sie ganz richtig gesagt haben, das irgendwie aufeinander aufzurechnen, das eine ist schlimmer als das andere, darum geht es überhaupt gar nicht, aber es ist verschieden, darum geht es, es ist unterschiedlich, und ich glaube besonders beim Antisemitismus, und das ist aus den Zitaten vorher deutlich geworden, in dem die jungen Leute ganz ungefangen oder spontan von den Juden als Opfer reden, das sind die Minderwertigen, die schwach sind, die nichts können und gleichzeitig aber, und das ist dann das Besondere und Gefährliche beim Antisemitismus, sind sie die Allmächtigen, die an Wirklichkeit irgendwie geheimnisvoll die Welt beherrschen, die da oben sind und an allen Fäden ziehen. Und dieses doppelte Gesicht des Antisemitismus macht es besonders und macht es eben auch möglich, dass durchaus aktive, sich antirassistisch fühlende Menschen gleichzeitig antisemitisch sind, weil sie die Weltverschwörung als jüdisch interpretieren, genauso wie es feministische Frauen geben kann, die Antisemiten sind. Das ist leider, durch die Verschiedenheit ist das so und es ist ganz schwierig, da eine wirklich einheitliche Gemeinsamkeit in allen Fragen herzustellen. Ja, gerade das, was ich vorgetragen habe, bestärkt mich sehr daran, die Unterschiede deutlich zu machen. Aber gleichzeitig haben wir vor allem in der Forschung auf jeden Fall einige gute, aktive Leute, die halt beides zusammendenken und sich die Frage stellen, okay, wie können wir Bündnisse und Allianzen schaffen und auf welche Verschiedenheiten müssen wir achten, was müssen wir auch so benennen und betonen, aber gleichzeitig, wie können wir gemeinsame Strategien halt fahren. Es ist immer wieder super komplex und schwierig, aber man muss halt dranbleiben. Man kann nicht gewisse Sachen in Stein meißeln und dann sagen, ja, ist halt so, ändern wir nichts, sondern muss halt, genauso wie die Gesellschaft dynamisch ist, auch dynamisch Debatten führen. Deswegen wir als deutsch-israelische Gesellschaft natürlich in unserem Programm haben, dass wir gegen jede Form von Antisemitismus auftreten, aber gleichzeitig uns ganz klar so erklären, dass wir jede verallgemeinernde Kritik zum Beispiel am Islam als nicht demokratiefähig oder feindlich oder sonst was genauso klar ablehnen. Also für uns ist das unteilbar im Grundsatz. Und all die Leute, die versuchen, sich mit der Fahne Israel gegen die Muslime aufzutreten, wie die AfD das versucht, sind unsere politischen Gegner, um das ganz klar zu sagen. Oh, sehe ich noch einen Moment Fragen? Ich gucke so gegen das Licht, deswegen. Ja, bitteschön. Diese grundsätzlich vorhandene Bereitschaft zu Hate Speech ist natürlich im Grunde eine Folge von fehlender, bei einer grundsätzlich fehlenden Selbstwirksamkeit. Dass also diese Jugendlichen im Alltag im Grunde kaum Erfahrungen sammeln können, dass sie auf ihre unmittelbare Umgebung Einfluss haben, unmittelbaren Einfluss haben in puncto Veränderung. Sie müssen sich also ein Ventil schaffen, um diesen Druck, um Dampf abzulassen. Dampf abzulassen kann man natürlich im Grunde dadurch, dass man Sündenböcke identifiziert, mit denen man ursprünglich aber im Alltag nichts zu tun hat. Also das ist im Ungefähr. Die Konflikte, die im Alltag auftauchen, sollte man auch im Alltag face-to-face gegenüberstehen. Und diese Jugendlichen haben aber leider nicht die Chance, im Kollektiv als zusammen, individuell gibt es natürlich keine Möglichkeit, solche Probleme anzugehen. Aber in den Jugendgruppen kann durchaus so etwas geschehen wie eine Gruppendynamik. Und diese Gruppendynamik sollten zum Beispiel solche Personen wie Sie im Grunde auch durchaus befeuern, um die Jugendlichen zu ermutigen, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ich finde, da gibt es durchaus Zusammenhängen. Ich glaube, in dem Kontext... Und jetzt in Gänsefüßchen, Opferrolle, herauszukommen. Das ist zentral. Also ich glaube, so dieses Gefühl von Ohnmacht kennen, glaube ich, sehr viele in ihrer Jugendzeit. Das ist auch so ein Gefühl, was ich sehr ausgeprägt hatte. Aber wichtig sind ja auch so zu vermitteln, was habe ich für Handlungsspielräume in meinem Alltag? Was kann ich eigentlich verändern in meinem Leben? Ich meine, ich kann vielleicht nicht die Welt verändern mit 15 oder 16 Jahren, aber ich kann vielleicht gucken, dass ich meine Welt verändern kann. Und in dem Kontext spielen eigentlich, und das vergessen wir sehr oft, nicht eine Jugendliche in der Rolle, sondern vielmehr Erwachsene. Seit der Corona-Krise habe ich an Schulen häufig Diskussionen, dass Jugendliche sagen, meine Eltern sind seit Corona in irgendwelchen Gruppen unterwegs, bei Telegram, keine Ahnung was. Die sind nicht mehr zugänglich. Die radikalisieren sich, sind nur noch in ihrer Bubble unterwegs. Also die Jugendlichen, die ja eigentlich damit aufwachsen, mit sozialen Medien umzugehen, sind da relativ kompetent drin. Aber die Eltern, die driften halt völlig in eine Welt halt ab, wo sie halt selber sagen, ey, ich habe das Thema noch nie gehört, eigentlich erst durch meine Eltern. Beim Abendessen reden die auf einmal von Verschwörungen, ich soll mich nicht impfen lassen und keine Ahnung was. Und da merke ich halt eigentlich, dass auch da dieser Generationskonflikt eine ganz starke Rolle halt spielt. Also dass man da erstens natürlich halt auch Jugendliche stärken muss, da eine gewisse Haltung zu zeigen. Aber auf der anderen Seite, wie ist das eigentlich mit den Erwachsenen, die dann halt häufig den Finger auf die jüngeren Leute zeigen und sagen, ja ihr seid das Problem, obwohl sie selber eigentlich noch nicht fertig sind, sich gewisse wichtige Lebensfragen zu stellen. Können Sie noch was dazu sagen zu der Rolle der Verbindung der türkischen Jugendlichen zu ihren Heimatländern, also zu der Türkei? Spielt das eine Rolle, das türkische Fernsehen spielt das eine Rolle in der Ururteilung der Juden oder Israels, welchen Kurs Erdogan gerade fährt, ob er frontal Israel angreift oder mal wieder ein bisschen lamiert, wie das jetzt der Fall ist. Also kriegen Sie das mit. Ich erzähle mal eine Anekdote. Vor einigen Jahren war ich in der Schule eingeladen, habe diskutiert mit 15-, 16-jährigen Schülern, waren auch Leute dabei, die sich selbst als türkisch bezeichnet haben und der eine hat mir sehr eloquent erzählt, dass eigentlich Besitzereigentümer von Palästina die Türkei ist und dass die Türkei den Palästinensern, also den Arabern das jetzt überlässt und dass deswegen die Juden keinen Platz dort haben. Also das war die Theorie, das muss ja irgendwo her gehört haben, also spielt das eine Rolle und dann auch eine Nebenfrage, spielt der Unterschied zwischen den Türken und den kurdischen Türken eine Rolle? Also nehmen die das anders wahr? Ist es vielleicht kein Zufall, dass Sie in einer kurdischen Familie aufgewachsen sind? Ich glaube, das war schon ein Zufall, dass ich da aufgewachsen bin, aber das ist nochmal eine andere Frage. Also erstmal, es ist, glaube ich, etwas, was man noch erforschen müsste, inwiefern eigentlich Ereignisse außenpolitisch eine Wirkung auf Jugendliche hier haben, die jetzt doppelte oder dreifache Identitäten haben. Ich habe mit einem Freund, haben wir einen Artikel geschrieben vor ungefähr zwei Jahren für das Jahrbuch der Antisemitismusforschung, da ging es um eine türkische Serie, die in den letzten zehn Jahren eine der erfolgreichsten Serien war, wo das Leben des letzten Sultans gezeichnet wird. Voller Verschwörungsmythen, der Gegenspieler ist Theodor Herzl, der immer so dunkel abgelichtet wird und seine jüdischen Freunde haben irgendwie alle so große Nasen und haben so Mäntel an und Hüte, also alles sehr klischeehaft, sehr beladen mit Vorurteilen. Und dass die sich dann auch immer wieder an Orten treffen, die völlig abgeschlossen sind, also wo auch nochmal mit diesen Bildern von Strittenziehern etc. gespielt wird. Und da ist eigentlich der Antisemitismus, hat da zwei Ursachen. Erstens ist er Israel bezogen und er macht quasi so ein bisschen so dieses Geschichtsnarrativ auf, es gibt das Osmanische Reich nicht mehr, weil die Juden Israel gründen wollten. Das ist so ein sehr dominantes Narrativ in dieser Serie. Und zweitens wird er religiös begründet. Da werden dann gewisse Dinge halt irgendwie, also zum Beispiel so teuflische Symboliken etc. dann halt auch so erscheinen. Also es ist halt dieser religiös begründete Judenhass. Und da merke ich, dass natürlich Jugendliche, die sich das halt anschauen, diese Bilder halt natürlich wahrnehmen und halt auch sehen. Das heißt nicht automatisch, dass sie dadurch sofort antisemitisch werden, aber trotzdem ist es halt da und es läuft halt irgendwie im Fernsehen. Und da merke ich dann halt auch, wenn ich in Workshops zum Beispiel dann auch thematisiere, was sind eure Erfahrungen mit Antisemitismus, dass in einigen Klassen dann diese Serie als Beispiel genommen wird nach dem Motto, da wird die Wahrheit erzählt. Aber dass das Ganze zum Beispiel Teil eines Staatsprogramms ist im Staatsfernsehen und natürlich eine gewisse Soft-Policy nach außen haben soll und dann auch natürlich die Diaspora quasi befeuern soll, obwohl man gar nicht eigentlich von Diaspora reden kann, weil eine Generation oder mindestens zwei hier geboren sind. Da merke ich eben immer wieder, dass das dann schon seinen Einfluss hat. Ein anderer negativer Aspekt in dem Ganzen ist dann zum Beispiel, was ich häufig merke, dass das in den Schulen nicht aufgefangen oder thematisiert wird, sondern eher noch bestätigt, indem man erstens Türkei- oder türkischstämmige Jugendliche permanent mit Geschehnissen in der Türkei konfrontiert nach dem Motto, was macht euer Präsident da? Was macht er da mit den Kurden? Was macht er da mit den Russen? Was macht er da mit der NATO? Und so weiter. Und die sitzen dann da und verteidigen das Ding natürlich, weil ich kenne das aus meiner Biografie, also auch wenn ich da nicht der gleichen Meinung bin, aber dadurch, dass mich da jemand angreift, gehe ich natürlich in Konfrontation und ich gehe auch in Provokation. Und es gibt mir auch eine Form von negativer Aufmerksamkeit, die ich dann halt auch genieße vielleicht in dem Moment. Aber trotzdem merke ich dann, also das merke ich gerade bei Lehrerfortbildungen, wenn ich dann genau solche Situationen erzähle, dass dann zum Beispiel ich einen Lehrer hatte, wo ich meinte so, ja, sie können aber ihre türkischen Schüler auch fragen, wie steht ihr zum Beispiel zur deutschen Politik? Und der hat diese Frage gar nicht verstanden, weil er gesagt hat, ja, aber das sind doch Türken. Ja, aber das ist ja nicht so, dass sie in der Türkei leben und jeden Morgen nach Deutschland fliegen, um in die Schule zu gehen. Also da merke ich dann halt immer wieder, dass man immer noch in diesem Selbstverständnis ist, dass die quasi durch Ereignisse in der Türkei mehr betroffen sind als in Deutschland. Und das darf man halt nicht bestätigen. Also immer wieder auch den Fokus setzen. Klar, Mehrfachidentitäten sind manchmal sehr komplex und kompliziert. Ich merke das selber in meiner Familie. Aber trotzdem will ich halt nicht, so wie ich das in meiner Schullaufbahn erlebt habe, immer wieder vor dieser Frage stehen, bist du deutsch oder türkisch? Und meine kurdische Identität wird gar nicht gesehen. Da wird gesagt, ja, ja, das sind auch so Türken. Also als hätten die Kurden keine eigene Sprache, keine eigene Kultur. Und da fühlt man sich halt auch abgewertet. Und da merke ich dann halt auch häufig, dass man dann da in dem Kontext leider nicht so viele Erfahrungen gemacht hat und ja auch gar nicht so ein neues Identitätsangebot hat oder ein Angebot von Reflexion überhaupt an diesem ganzen Ding. Sondern wenn mir das Gefühl gegeben wird, ich gehöre nicht dazu, dann gehe ich halt wieder zurück zu dem Ort, wo ich halt doch dazugehöre. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Also danke erstmal für die Vorschriften von deinem Buch. Du hast Fragen vorgelesen, wie vermutlich den Holocaust der Menschen, die noch nie davon gehört haben. Und so ein bisschen hast du das ja quasi gerade schon beantwortet. Aber ich habe mich das auch voll oft gefragt. Also wenn ihr geboren, aufgewachsen sind, natürlich irgendwann wird man mit der Thematik konfrontiert. Aber bis zu einem gewissen Punkt hat sich eigentlich noch niemand damit beschäftigt. Und intensiver damit beschäftigt habe ich mich, als ich einen Kommilitonen von mir aus Syrien geflohen und der hat das Thema irgendwann brennt interessiert. Er hat dann erfahren, ob ich jetzt hier in der IG mitmache oder ist auf die Veranstaltung gekommen. Der hat gesagt, er erkannte das halt nicht. Er hat das in der Schule gehabt und tut das jetzt quasi nach. Aber sowas ähnliches habe ich dann bei mir, da fanden wir auch auf. Wie gesagt, die Leute sind ja aufgewachsen. Man kommt eigentlich nicht drüber los, selbst im Kindergarten mit dem zweiten Weltkrieg konfrontiert zu werden. Aber auch bei meiner Mutter, die dann, als wir aus dem Haus sind und mehr Zeit hatte, sich mit Dingen zu beschäftigen, zu denen ich vorher keinen Zugang hatte, war ein ähnliches Phänomen. Also die selbe Neugier der Empathie und es ist ja sehr erstaunt über die Sachen, die da passiert sind. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Also wie beantwortest du mir die Frage oder wo siehst du da denn die Unterschiede, wenn du selbst sagst, Leute, die noch nie vom Holocaust gehört haben, weil nur geografisch begründet ist es ja scheinbar nicht, habe ich dann wirklich festgestellt. Also ich habe mir diese Frage gestellt, weil ich 2015 eine Begegnung hatte mit zwei afghanischen Geflüchteten, die wirklich in ihrem Dorf, also ich habe die Frage gestellt, was habt ihr in Afghanistan über Deutschland gehört? Und dann kamen halt nur so Sachen wie, ja, die bauen Autos und die trinken Bier und es kamen lauter solche Sachen. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, okay, irgendwann müssen die ja schon sagen, dass hier der Holocaust verübt wurde. Und dann habe ich so leicht nachgehakt, hast du noch mehr über Deutschland erfahren? So, naja, das sind die einzigen Sachen, die ich halt gehört habe. Und das war dann für mich so, dass er halt in seiner Schulbildung, also er war auch nicht so viele Jahre in der Schule, dass er überhaupt nichts davon gehört hat. Und dann habe ich eben auch in anderen Workshops diese Erfahrung halt gemacht, also wo es eigentlich gar nicht Teil des Bildungssystems war oder Teil der Bildung war. Und das war für mich so, dass ich mir dachte, okay, vielleicht, ja, also wie erzählt man das? Wie erzählt man diese Geschichte einem Menschen, der das noch nie gehört hat? Also ich habe da bis heute nicht so eine wirkliche Antwort halt drauf, aber ich arbeite dran. Und ich merke dann häufig, dass wenn wir dann zum Beispiel in so einem Zeitraffer, also in so einer Übung, wo es zum Beispiel um die Geschichte Deutschlands geht ab 1900, in so einem Zeitraffer diese Übung zum Beispiel machen, dass das erstmal richtig viel Angst auslöst, weil die sagen, guck mal, wie die mit den Minderheiten umgegangen sind hier. Und warum bin ich denn hier hingekommen? Oh mein Gott. Und das ist halt eine Schocksituation und das muss man halt erstmal auffangen. Und das ist halt etwas, was Zeit braucht, was Raum braucht, was auch einen langen Prozess halt braucht. Und das erinnert mich vor allem an meine Sozialisation, wo ich dann auch die ersten Male in der sechsten Klasse vom Holocaust gehört habe. Ich war sauer auf meine Großeltern, weil ich gesagt habe, warum seid ihr denn hier hingekommen? Warum nicht nach Frankreich oder nach England? Warum denn hier hin? Also wir haben in der sechsten Klasse Schindlers Liste geguckt und das war für mich ein Schock auf so einer riesen Leinwand im Klassenzimmer. Und ich saß auch noch in der ersten Reihe. Ich war völlig entsetzt. Ich hatte so Angst vor den Deutschen. Ich so, boah, ich will direkt nach Hause. Ich habe gar kein, was soll ich denn jetzt über die denken? Also das beschreibe ich halt auch in dem Buch, wie mich das halt völlig verstört hat. Und natürlich guckt man halt anders darauf, wenn man rassistische Gewalt zum Beispiel kennt. Wenn man Ausgrenzung kennt und dann auf einmal sieht, oh, das kann auch so enden und halt nicht nur mit blöden Sprüchen in der Bahn oder so. Und ich glaube, über genau diese Angst zu sprechen ist halt wichtig. Und leider passiert das dann häufig so, dass gerade Geflüchtete mir dann erzählen, dass in Integrationskursen dann gesagt wurde, ja, in Deutschland gibt es Regeln und die gelten auch für euch und ihr müsst unbedingt was über den Holocaust erfahren etc. Aber man geht gar nicht auf die Emotionen ein, die diese Menschen halt dann haben. Und genau dieses Arbeiten an den Emotionen, damit sie auch vieles verstehen. Also warum zum Beispiel Vergangenheit nicht nur abgeschlossene Vergangenheit ist, sondern auch Teil der Gegenwart, warum Erinnerungskultur wichtig ist, warum eigentlich jede Generation sich mit dieser Geschichte neu auseinandersetzen muss. Diese vertieften Prozesse muss man halt vermitteln und nicht nur so als Einmalding nach dem Motto, ihr müsst euch einmal damit auseinandersetzen und das war's, sondern ihr seid jetzt hier und wir müssen uns jetzt alle damit beschäftigen. Ich habe für mich noch eine Kernfrage, Herr Jemers, Sie sind ja ein Unikum oder Unikat, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Jedenfalls, vielleicht auch beides, das kenne ich nicht so genau, kenne ich Sie nicht. Also meine Frage ist, was können wir tun oder können Sie da schon von Anstrengungen oder Erfolgen berichten, damit nicht nur einer so eine Theatergruppe mit so einer Methode macht, nicht nur einer mit Jugendlichen vielleicht nicht nach Auschwitz fährt, aber andere Dinge macht, die genauso schwierig, kompliziert, aber erfolgreich sind, wie das, was Sie gemacht haben, haben Sie viele Vorträge schon gehalten in der Lehrerausbildung, haben Sie Nachfolge in den Jugendheimen, also wie verbreiten wir das? Weil ich glaube, dass das, was Sie machen, also wir machen ganz viel in der Tat sogenannte Erinnerungsarbeit, viele Schulklassen fahren irgendwo hin, behandeln das im Unterricht, aber ich glaube, dieser besondere Ansatz, der ist nicht verbreitet, der wird eher selten sein, ich hätte aber großes Interesse, dass es sich verbreitet, was eine Riesenaufgabe ist. Also wie machen wir das, vom Unikat zum Strukturwandel? Zu vielen Jemassen kommen. Ich glaube, gerade diese Frage, was können wir tun, spielt die Schule eine ganz große Rolle, vor allem der Geschichtsunterricht, also der muss so gestaltet werden, dass er nicht nur auf die Mehrheitsgesellschaft zugeschnitten ist, sondern dass auch Schulbücher zum Beispiel Migrationsgeschichten zeigen, die zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt haben, also zum Beispiel auch die jüdische Einwanderung nach dem Mauerfall zum Beispiel, davon haben auch die wenigsten gehört oder die Gastarbeiteranwerbeabkommen etc., also dass man Geschichte so vermittelt, dass es halt alle etwas angeht und dass alle Teil dieser Geschichte halt sind. Und auf der anderen Seite, was ich in dem Kontext wichtig finde, sind auch die Lehrkräfte. Ich hatte vor wenigen Wochen in, war das in Jena oder in Erfurt, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall in einem der neuen Bundesländer einen ganz interessanten Fall von einem Lehrerzimmer, die wirklich zur Hälfte ostdeutsch und westdeutsch sozialisiert sind. Und dann kam das Thema Antisemitismus auf und die haben sich über den Antisemitismus bei den Geflüchteten furchtbar aufgeregt und haben dann so erzählt, was sie so sagen und was sie so machen etc. Und als ich dann gefragt habe, welchen persönlichen Bezug haben sie eigentlich zu dem Thema, hat erstmal niemand was gesagt und ich habe die Lehrkräfte angeschaut und dann meldet sich eine von den ostdeutschen Lehrerinnen und sagt, wissen Sie was, Herr Yilmaz, wir sind in der DDR aufgewachsen, bei uns gab es sowas nicht. Das heißt, ich bin in diesem Raum mit dem westdeutschen Schweigen und mit dem ostdeutschen Leugnen und denke mir, okay, wenn ihr keinen persönlichen Bezug zu diesem Thema habt, wie wollt ihr das vermitteln? Und das ist ein riesengroßes Problem. Also wenn ich nicht selber begreife, dass ich Teil dieser Geschichte bin, dass ich Teil des Ganzen bin, dann kann ich auch keine Vermittlungsarbeit machen. Also es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber dann habe ich vielleicht den falschen Job gesucht. Und ich glaube, dass wir da in den Universitäten genau das halt vermitteln müssen, dass Geschichte immer etwas sehr lebensnahes ist und nicht so das, was ich dann häufig halt höre, leider nach meinen Lesungen, boah, das war voll spannend, das war nicht so langweilig wie in einem Museum. Wo ich mir denke, so ja, eigentlich müsste jedes Museum total spannend sein und die müssten da rausgehen und sich so ganz wilde Fragen halt so denken. Und was auch noch eine große Rolle spielt in dem Ganzen, ist einfach eine Sensibilisierung im Justizapparat. Also vor allem was das Einordnen von Antisemitismus angeht, was das Einordnen von antisemitischen Straftaten angeht. Wann ist eigentlich was antisemitisch? Da merke ich halt gerade bei Fortbildung für Polizeikräfte riesengroßes Problem. Wenn ich die Frage stelle, wer von ihnen kann mir erklären, was Antisemitismus ist und von 150 Polizeikräften zwei sich melden können und alle diese Uniform tragen und eigentlich dafür zuständig sind, dass sie halt die Gesetze verkörpern sollen, dann frage ich mich halt, ja, wer soll sie dann halt beschützen? Wenn es halt zu einer antisemitischen Straftat halt kommt und da merke ich, dass da ganz viel Sensibilität fehlt. Leider auch immer mit so dieser Einstellung, die ich auch leider häufig in der Mehrheitsgesellschaft so erfahre, so dieses Ding, ja, das hat ja nichts mit mir persönlich zu tun. Also als müsste man erst von antisemitischer Gewalt betroffen sein, um überhaupt sich betroffen zu fühlen, sondern so dieses Ding zu vermitteln, dass es einfach in der Gesellschaft überall halt stattfindet und dass wir eigentlich einen gesellschaftlichen Kraftakt eben brauchen, um da entgegenzusteuern. Ich habe auch noch eine Frage. Genau, sehr sehr, vielen Dank, ich bin super interessant und genau, ich habe mich sehr abgerollt. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie Ihre Fahrten mit muslimischen Jugendlichen machen? Also wenn Sie nach Aschuz fahren? Und sehen Sie da irgendwie auch Möglichkeiten zum inter- oder überkonfessionellen Gedenken so? Also zwischendurch, hatten Sie ja zum Beispiel angesprochen, wie das im türkischen Fernsehen oder dafür, ja, Sontimo ausgeschüttet werden. Und ich habe mich dann gefragt, so in meiner, in meiner deutschen Wandel irgendwie, gibt es auch Antisemitismus gar keine Frage? Der wird meistens abgetan oder ist lustig oder, keine Ahnung, macht es sich besser so, ne? Aber es sind halt andere Bilder im Endeffekt, die dahinter stehen oder auf den ersten Blick erstmal andere Bilder. Und ich habe mich eben gefragt, wie man das zusammen denken kann und nicht so separiert quasi guckt, sondern was können wir alle gemeinsam quasi machen oder müssen wir gemeinsam halten? Ja, das ist etwas, also ich habe das Projekt bis 2019 gemacht und habe eigentlich aus dieser Community internen Arbeit ganz viel mitgenommen, weil ich dann zum Beispiel auch nach 2019 mit der Gedenkstätte Flossenbürg in Bayern ein Projekt gemacht habe, wo ich wirklich Gruppen hatte, die waren multidivers. Also das waren Familien, die seit Generationen hier sind, dann Gastarbeiterfamilien, Geflüchtete aus Ghana, dann Menschen aus Osteuropa. Also das war wirklich ein Raum voller multipler Geschichten, sage ich mal. Und das hat mich echt ein bisschen überfordert, dass ich mir dachte, okay, wie kann man mit so vielen verschiedenen Zugängen und Perspektiven zu diesem Thema arbeiten? Aber wichtig ist halt eben, genau an ihren Geschichten anzusetzen und von dort aus zu schauen, wie man zu dieser Geschichte halt kommt. Und ich glaube, dass genau dieser Ansatz, also erstmal biografisch zu arbeiten, vielleicht auch mit lokalen Geschichten zu arbeiten, also was ist eigentlich in meiner Straße passiert, was ist in meinem Stadtteil passiert, was ist in meiner Stadt passiert, dass ich glaube, dass gerade diese lokale Geschichtsvermittlung ein riesengroßer Pluspunkt ist. Ich merke das zum Beispiel häufig, wenn ich Führungen durch Marxloh mache. Marxloh ist auch sehr divers. Ich habe manchmal Schulklassen von 25 Kindern und 30 Nationalitäten und sieben, acht Religionen, wo es halt irgendwie total unterschiedlich ist. Aber wenn wir dann die Orte begehen, die sie aus ihrer Kindheit kennen, die sie aus ihrer Jugendzeit kennen und auf einmal sehen, ah, guck mal da, wo ich einkaufen gehe, da hatte vorher ein jüdischer Kaufmann sein Geschäft und der wurde halt in der Pogromnacht niedergebrannt. Auf einmal verorten sie sich selbst in dieser Geschichte. Oder dass sie zum Beispiel Sportplätze, die sie halt vorher haben, wo ich halt Fotos zeige, wie diese Sportplätze instrumentalisiert wurden für zum Beispiel so Totenbegräbnisse, die die Nazis halt während des Zweiten Weltkriegs gemacht haben oder das vor dem Amtsgericht, so ein großer Platz, wo sich viele Jugendliche heute treffen, dass man da riesengroße Hakenkreuzfahnen hatte etc. Also mit den Geschichten zu arbeiten aus ihrem Kontext und eigentlich mit denen so eine Zeitreise durch ihren eigenen Stadtteil zu machen. Das ist für mich etwas, wo ich immer wieder merke, da kommt man auch so ein bisschen weg von diesen ganzen Debatten. Spricht die das jetzt an, ja oder nein, wegen angeblich national anderen Erinnerungsräumen oder so, sondern sie leben ja da. Sie leben da und auf einmal blicken sie auf ihren Stadtteil mit ganz anderen Augen. Und dieser Effekt ist für mich eigentlich super wichtig. Bevor die nächste Wortmeldung noch kommt, da will ich ergänzen, da muss man Bremen, glaube ich, ein wenig loben, weil wir haben ja ein großes Projekt seit vielen Jahren Spurensuche in Verbindung auch mit den Stolpersteinen und ganz viele der Stolpersteinbeschreibungen, der Aktionen, die es dabei gegeben hat, sind mit und von Schulklassen gemacht worden. Da ist genau das eingetreten, was Sie geschildert haben, dass das für die Schülerinnen und Schüler extrem interessant und anteilnahmeweckend ist, wenn Sie hören und sehen, wer dort gelebt hat, wie es ihm ergangen ist. Also, ich glaube, der Punkt wird natürlich nie perfekt, aber doch in weiten Teilen in Bremen ganz gut gemacht. Ob das die eher migrantisch orientierten Kinder auch so mitnimmt, das kann ich nicht beurteilen. Ja, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. War es da unten noch eine Wortmeldung? Richtig? Bitteschön. Danke erstmal für den Vortrag und für die Beleuchtung dieses Themas aus einer neuen Perspektive. Oder noch mal, aber selten in der Öffentlichkeit gesprochen in Perspektive. Meine Frage ist, Sie hatten religiös begründeten Antisemitismus angesprochen. Inwiefern ist Antisemitismus im Islam in Ihr Welt, also gehört zwangsweise zum Islam dazu? Und wie gehen die Muslime damit um? Und wie denken Sie, sollten wir damit hinzufügen? Vielen Dank. Ich glaube, das ist eine Frage, die sehr wichtig ist, weil das ist so etwas, was ich mich in meiner Sozialisation gefragt habe. Wenn es inhärent ist in der Religion, kann ich das überhaupt noch ausüben? Und das ist so etwas, was mich total bewegt hat, wo ich immer wieder gemerkt habe, es geht eigentlich um die Auslegung des Ganzen. Es geht darum, dass wir natürlich auch eine antisemitische Tradition im Islam haben oder in der Geschichte des Islams haben. Genauso wie es natürlich auch eine antisemitische Tradition im Christentum gibt. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass es so antisemitische Bilder in Kirchen gab. Oder ich war mal in Bayern in der Kirche, da war Judas immer mit so einem Geldsack dargestellt, aber die anderen halt nicht. Und ich glaube, genau diese Narrative, die gibt es auch in islamischen Kontexten und in Milieus. Und ich merke das immer wieder, dass es ein Problem wird, wenn dann zum Beispiel diese Frage, was ist, wenn sich so ein islamistisches Narrativ durchsetzt und auf einmal Allgemeingültigkeit beansprucht. Und ich glaube, diese Beanspruchung von Allgemeingültigkeit ist ein Riesenproblem, weil man natürlich dann auch Verse nehmen kann, die, sag ich mal, pro-dialogisch sind oder pro-Begegnung sind. Aber ich merke das in der Arbeit auch mit Radikalen, die sagen dann, ja, das ist irgendwie dein softer Islam da, den will ich irgendwie gar nicht hören etc. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch darum, dass wir dadurch, dass wir die theologischen Fakultäten in Deutschland jetzt neuerdings haben, also neuerdings seit über zehn Jahren, dass man da auf jeden Fall neue theologische Sichtweisen auf das Ganze halt braucht und dass man gerade dieses Thema halt nicht unterspielen darf. Also klar ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, wie kann eigentlich eine moderne islamische Interpretation 2022 aussehen, vielleicht auch global, aber was mir dann häufig halt fehlt, sind eigentlich so vor allem im Gespräch mit Theologen, und ich streite sehr gerne mit Theologen, so die Frage, okay, wie gehen wir aber mit dieser und dieser Passage um? Was ist, wenn das da drinsteht und ein Jugendlicher das sagt und gar nicht das annimmt, was ich halt sage? Gib mir irgendwas in die Hand, womit ich halt arbeiten kann? Und da merke ich auch bei Theologen noch eine gewisse Sprachlosigkeit, wo es eigentlich darum gehen müsste, dass sich eben nicht nur islamische Theologen auseinandersetzen, sondern eigentlich müssen sich islamische und christliche Theologen auseinandersetzen und sich die Frage stellen, welches Gewaltpotenzial, welches antisemitische Gewaltpotenzial gibt es in unseren Religionen? Also die christlichen Theologen haben gegenwärtig gerade genug mit sich selbst zu tun, also ich kann die Hoffnung nur unterstreichen. Ja, die Frage hätte man auch in anderen Zusammenhängen an das Christentum stellen können, ist, dass das Christentum, zeigt die Geschichte des Christentums an der Kirche, dass sie per se antisemitisch ist, weil auch diese Religion darauf besteht, dass sie, dass das Neue Testament, das Alte Testament ablöst und dass die Juden erst erlöst werden müssen, durch Aufnahme des Christentums und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Frage ist ganz wichtig, weil sie eine große Rolle spielt, aber ich würde mich voll und ganz dem anschließen, was Herr Jemers für den Islam gesagt hat. Das gilt tatsächlich für alle, gilt vermutlich auch für das Judentum. Noch eine Nachfrage, noch bitte. Ja, eine zweite Frage. Ja, bitte. Ja, Antisemitismus im muslimischen Kreis ist auch meiner Meinung nach oftmals darin gegründet, dass man eine gewisse Verbundenheit zu den Paräsidentsern darüber verstört, dass man genau wie die Paräsidentsern muslimisch ist und sich da wirklich in einer Gemeinschaft vermeintlich befindet. Die Frage ist, genau in diesem Kontext, wo ist die Grenze zwischen Israel-Kritik, jetzt bezogen auf Palästina-Israel-Konflikt, und Antisemitismus, also wo ist da sozusagen die rote Linie? Ja, ich glaube eine rote Linie, die sehr wichtig ist, ist Menschen ihre Existenz absprechen oder auch Israel seine Existenz absprechen. Ich merke das häufig, dass es nicht sein kann, wenn man sich dann mit den Palästinensern solidarisieren möchte, was ja jeder kann, aber wenn es automatisch bedeutet, die andere Seite für nichtig zu erklären oder zu sagen, die haben gar kein Recht darauf zu existieren, dann ist das ein Dialog, der nicht funktionieren wird. Also ich kann nicht mit Menschen reden, wo ich merke, der nimmt den gar nicht wahr, also der will gar nicht, dass der existiert, das geht eigentlich gar nicht. Und vielleicht ein negatives Beispiel, also ich diskutiere das auch mit den Jugendlichen sehr häufig, wo ist eigentlich die Grenze? Also vor allem auch immer wieder, was sie dann halt zum Beispiel sagen, ist, dass sie sich natürlich dann, wenn sie sich mit den Palästinensern solidarisieren und ich dann einwerfe, was ist denn, wenn man solidarisch mit beiden Seiten sein kann? Also geht das überhaupt? Also ich frage das einfach nur. Und da merke ich halt, die haben da gar keine, die stellen sich das gar nicht manchmal halt vor oder beziehungsweise sie kennen auch gar nicht die Realität. Also häufig wird gesagt, die Palästinenser sind muslimisch, aber es gibt auch viele christliche Palästinenser, drusisch oder atheistische Palästinenser. Also Palästinenser sind divers, Israelis sind genauso divers. Also ich dachte vorher immer, bevor ich nach Israel geflogen bin, dass links die Israelis sind, in der Mitte ist eine Mauer und da die Palästinenser. Und dann war ich halt da in Jerusalem und war irgendwie im armenischen Viertel, dann im jüdischen Viertel, im muslimischen Viertel. Ich war völlig zermatscht im Kopf, weil ich gar nicht wusste, dass das halt irgendwie so unterschiedlich ist und wie kompliziert das halt ist. Und ich glaube, diese Komplexität muss man halt sichtbar machen. Und in dem Kontext ist es eigentlich wichtig, dass wir vor allem, was das Thema angeht, ich komme aus NRW, wir hatten in Gelsenkirchen einen riesengroßen Skandal gehabt jetzt im Mai. Da sind Jugendliche vor die Synagoge in Gelsenkirchen gegangen und haben halt antisemitische Parolen skandiert, weil sie angeblich Israel kritisieren wollten. Und das hat mit Kritik gar nichts zu tun. Also das ist einfach nur Hass, das ist einfach nur Hetze, das ist Antisemitismus vom Feinsten. Und da muss man eigentlich genau solche Fälle mit denen halt einfach besprechen, um zu fragen, okay, warum geht ihr zum Beispiel nicht vor die Botschaft und hält da Reden einen nach dem anderen und geht anstatt irgendwie mit so einem Mob direkt vor eine Synagoge halt zu gehen. Also das sind schon eigentlich so Fälle, die schon ganz klar eindeutig antisemitisch sind. Ja, vielen Dank. Ich habe vorhin vergessen, mich zu bedanken hier beim Kokon, bei dem wunderbaren, gemütlichen Veranstaltungsort. Das will ich gerne jetzt noch machen. Allerdings mit dem Zusatz, es ist ein bisschen frisch hier. Also möchte ich doch bemerken, das ist eigentlich die Erklärung dafür, dass ich hier auch im Moment keine Wortmeldung, dass ich denke, dass wir zum Glühwein übergehen sollten, wenn wir noch hierbleiben. Also ich möchte ein, zwei Dinge noch sagen, also ganz ernsthaft nochmal hinweisen auf den kleinen Büchertisch von Guglad Osterthor. Das ist wirklich ein ganz spannendes Buch und sehr lebendig, sehr persönlich geschrieben. Insofern wirklich ein Unikat, ja. Das können Sie da anwerben, Herr Jevers-Wittes, auch wenn Sie möchten, noch signieren. Ganz am Ausgang liegen ein paar Broschüren von der DEG. Können Sie gerne mitnehmen. Auch das Programm, das inzwischen muss man sagen Restprogramm von den Veranstaltungen, Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, bei der wir ja auch hier ein Teil von sind. Und ich soll hinweisen, das mache ich sehr gerne, dass am kommenden Donnerstag, also heute in einer Woche, auch um 19 Uhr, eine Podiumsdiskussion stattfindet mit dem Titel Raubt es ein neues Erinnern, also eine direkte Fortsetzung eigentlich der Diskussion, die wir heute hatten. Die Landeszentrale organisiert das, lädt ganz herzlich dazu ein und Sie sind da willkommen. Und ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen, außer Herrn Jevers ganz herzlich zu danken. Er hat erzählt, wie viel er unterwegs ist in Deutschland mit dem Buch, das ist wunderbar, aber er hat auf Anhieb gewusst, dass er heute in Bremen ist. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man das dann auch noch weiß. Also, Herr Jevers ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Danke. 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 Vielen Dank.